Wir haben ja wieder einen ganz, ganz üblen Kandidaten. Hörst du mich? Kannst du mich hören? Hallo? Du da? Dreibeiner? Hallo? Kannst du mich hören, dann jump mal bitte. Okay. Wenn du nicht reden kannst, dann jump mal. Nochmal. Weil du kein Headset hast, dann jump mal. Okay. Erol Streis. Geiler Name. Geiler Name, ne? Er kann nicht reden, weil er kein Headset hat. Okay. Oh, er kann reden. Sorry, meine Sprungtaste klemmt. Ja, krass. Dann lass doch mal zocken, oder? Ja. Das ist ein Trimax oder so. Ich höre mich an wie Revi. Wie geht's hier? Mir geht's gut. Okay. Stark. Hier kommt ganz schön viel mit. Ich hoffe, ihr seid krass. Du bist Level 363. Ja, betroffen. Ich bin Trimax oder so. Jetzt will ich was sehen. Dinger, save Trimax. Das ist ein Trimax, oder? Das ist ein Trimax, oder? Das ist ein Trimax, Geroldsteiner. Wie ist dein Name? Meiner? Ja, deiner. Ja, was macht ihr da? Was macht ihr da für eine Scheiße? Es tut mir leid. Wie heißt du denn? Ich? Ja, du. Was ist das für eine Scheißfrage? Wieso soll ich sagen, wie ich heiße? Keine Ahnung. Ich heiße Max. Ja, okay, ich auch. Krass. Check, bro. Ich schwöre, ich gucke jetzt, wie Trimax da heißt, ne? Ich gucke jetzt. Ich gucke jetzt. Wenn das Trimax war, Alter, ich fress doch ein Besen. Wieso war, ich bin's. Niemals. Wieso sterbt ihr denn die ganze Zeit? Ey, ich hasse euch. Ich hatte ein Video gemacht, aber ihr seid ja nur am Feeden und deswegen kommt ihr nicht mit rein, weil ihr einfach so wegsterbt. Ah, schade. Aber GG. Ey, sorry, ich kann dir nicht glauben. Nee, nee, eben genau nicht GG. Das ist das Gegenteil von dem GG. Also, was? Du bist halt mein größtes Vorbild, was Gaming und so angeht. Deswegen will ich dir glauben. Darf ich dir eine Frage stellen? Warum heißt du Geroldsteiner? Das ist mein Undercover Arena Account. Zeig mal, was du kannst, Trimax. Hab ihn getötet. Stark. Du bist wild, Alter. Ich trau mich auf mein Leben klar. Könnt ihr mir noch eine Runde spielen? Das schwöre ich. Ich schwöre. Ich schwöre nur für dich. Jetzt hinter dir. Ah, ja, komm. Ah, schade. Sehr stark. Sehr schönes Kills. Willst du noch ein Spiel spielen, Trimax? Max? Ah, cool. Nur breit. André, wenn ich breit bin, ich kriege dich einfach. Kennt ihr euch? Ja, wir kennen uns. Ja, sehr egal. Habt ihr gerade Ferien? Ah, ja, tatsächlich. Und du? Ich auch. Das war so krank gerade, Digga. Dass ich dich mal treffe, das ist krass. Ja, okay. Ich spiele immer wieder mal Random Teams. Auf Twitch habe ich mich auch abonniert mit Prime. Echt jetzt? Ja. Wie heißt du auf Twitch? Max Hieser. Alter, danke, Mann. Ja, gern. Aber warum bin ich im Thema Gaming dein Vorbild? Ja, ich gucke dich halt auch immer, wie du Fortnite spielst. Random spielst und ich feiere dich halt auch übelst. Okay, geil. Danke. Aber ich bin halt also Gaming-mäßig Vorbild. Also ich spiele jetzt seit sechs Jahren Fortnite und ich... Oh, nie ab. Shit. Oh, nie ab. Aber ich feiere halt diese Clips zum Beispiel in diesem Turnier, wo du gespielt hast, wo du dann den Chicken Dad gemacht hast und dann gestorben bist. Da habe ich mich verklickt. Das ist doch dann schlecht. Ja, aber es ist halt einfach geil. Es ist so sehr cool. Oh, danke. Das höre ich gern. Bist du noch hier? Ja. Okay, ihr dürft mir jetzt zu zweit, also als Team dürft ihr mir fünf Fragen stellen. Fragen, die ihr mir immer schon mal stellen wollt. Aber ihr müsst euch absprechen, welche Fragen. Ich kann einfach mal hier. Maxi, du kannst eine Frage finden, ist mir egal. Oh, danke. Okay, okay. Der Junge, der bei euch in den Bus gelaufen ist, wo auch Knossi und so alles drin war, ne? Ja. Habt ihr ein Foto mit dem gemacht? Ja. Vor der Bustour haben wir einen kleinen Jungen gesehen. Der hat sogar, glaube ich, extra Schule geschwänzt, aber seine Mutter war dabei. Und den haben wir dann gesehen und haben gesagt, ey, steig doch mal ein. Und dann war der irgendwie acht Stunden mit uns bei der Busfahrt unterwegs. Und wir haben noch ein Foto gemacht. Dieser kleine, rotaarige Junge, ne? Ja, ja, mit der Zahnspange. Ja, richtig. Cool. Das war deine erste Frage also? Ja, das war meine erste Frage. Okay, okay. Schon mal gut. Das ist schon mal starke journalistische Arbeit. Das ist schon mal cool, dass ihr nicht die ganze Zeit beleidigt. Kennt ihr das aus Fortnite? Wir haben uns schon da. Wenn ihr die ganze Zeit beleidigt werdet, die ganze Zeit, ununterbrochen. Wenn jetzt hier eine kommen würde und ich beleidige mich, würde ich den Tod beleidigen. Das wollen wir gerade nicht. Ich habe auf jeden Fall deinen Rücken, sagen wir so, ne? Ja. Okay. Nimmst du zufällig auch Freundschaftsantragen an? Zufällig mache ich das genau nicht. Ah, schade. Ja, okay. Eine dumme Frage, aber sie war wichtig. Ja, das war die zweite. Aber man kann es ja mal probieren. Ja, aber spielst du noch aktiv Fortnite? Nicht so wie die anderen? Also ich spiele, definiere aktiv. Also ich mache alle zwei Wochen mal eine Random-Scots-Folge, würde ich sagen. Boah, zwei Wochen und dann treffen wir dich random. Das ist doch geistestrank, ey. Oh mein Gott. Oh, Wahnsinn. Das wollte ich dann immer mal wissen. Wie hast du mit YouTube angefangen so? Mit Clash Royale. Achso, das stimmt, ja. Ich war der beste Level 8 bzw. Level 9 Spieler Deutschlands. Krass. Am weitesten oben im Ranking, weil ich auch gefühlt der einzige deutsche Spieler war, weil ich das noch im Softlaunch gespielt habe. Und dann habe ich der Leute Tipps gegeben. Und dann waren es so nach einem Jahr schon eine halbe Million Leute auf YouTube. Also das ging ratzfatz, weil ich halt so krass in dem Spiel war, ne? Habt ihr schon meine Fortnite-only-up-Map geschafft? Nee, ne? Nein. Ich habe sie, also mich haben viele Freunde gefragt, ob wir die mal testen wollen. Ja, dann wollte ich es probieren. Ich will sie nicht mal eine Band haben. Ich habe keine Metz. Pass auf, pass auf, da oben ist einer. Maxi von den Punkt, einer. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Stark. Nein. Ich habe einen dritten. Du bist stark. Scheiß ist krank, Alter. Ich glaube, hier sind keine mehr, oder? Ich hoffe, da ist noch einer. Ich bin hinter dir. Ja, hier ist noch einer, hier ist noch einer. Ja, hier ist noch einer. Oh mein Gott, das ist zwei Teams. Aufpassen, das ist einer. Geh, geht bitte weg, Gegner, geht weg. Pass auf. Hab ihn. Ja, nee, es sind mehrere. Warum, Mann? Das sind so viele. Keine Ahnung. Ich habe vier Kids gemacht. Ja, du hast welche getötet und dann kamen auch Leute von hinten, glaube ich. Ja, aber trotzdem cool, ne? Ja, danke. Das war der geilste Tag meines Lebens. Danke zu euch, ey. Ey, oh mein Gott. Ey, ich wünsche euch richtig geile Sommerferien. Und ich wünsche dir noch einen guten Angen in dem Tag. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ich habe ein Bild gemacht. Ich muss einfach eins machen. Ich liebe diesen Typ, ne? Ich abonniere ihn auf allen Plattformen, ey. Oh mein Gott. Wie konnte das passieren, ey? Wie kann man das? So was passiert doch nur einmal im Leben, oder? Ja, 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 ja. Nur einmal im Leben. Krass. Wir haben so krass reingekackt. Das ist wild. Das ist saubild. Ja, ey, es ist aber so korrekt, ne? Er ist so korrekt. Das ist unglaublich. Ja. Ich wünsche dem alles Glück im Leben, ey. Oh, Mann. Oh mein Gott, ey. Ich reg mich nicht am richtig vor. Ich habe mir eine Anfrage gestickt. Ich habe mir eine Anfrage gestickt. Oh mein Gott. Krass. Dankeschön. Boah. Die haben sich so gefreut. Die haben sich so gefreut. Die haben mich den großen Trimax genannt. Lang lebe König Trimax. Ach du Scheiße, Alter. Scheiße, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht, dass die mich so geisteskrank feiern? Hilfe, ey. Es geht'n ab. Los, gönnen den. Ja, ich glaube, wir müssen den gönnen. Er ist in den Trimax. Hallo? Trimax? Warte, warte, warte. Ich lieg auf. Hallo? Hallo. Trimax? Oh mein Gott, hallo. Wir können noch eine Runde spielen. Oh ja. Wenn ihr noch einen Spieler dazuholt. Also quasi, dass wir drei Leute aus eurer Klasse oder aus eurem Freundschaftskreis sind. Äh. Ich kann niemanden einladen. Ich kann niemanden einladen. Ihr müsst aber jemanden dazuholen. Ja, okay, warte. Werden ihr aus dem echten Leben kennt und befreundet seid. Okay, 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 okay. Ey, ich ruf Niklas an. Er soll bitte kurz in mein Lobby kommen. Ey, ruf Niklas an. Mach auf laut. Niklas? Niklas, kannst du bitte, kannst du bitte in unsere Lobby kommen? Ist ganz wichtig. Ist so wichtig, Niklas. Bitte. Ich geb dir, ich geb dir, ich geb dir Geld, wenn du bei uns reinkommst. Ich wöre, sag dir. Komm, Reis, komm, bitte. Spiele mit uns eine Teamrunde, bitte, Niki. Bitte. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Sehr gut. Niklas, moin. Bist du's? Niklas? Warte, er spielt auf Switch, deswegen ist er noch im Loading Stream. Wir können heute noch auf Twitch spielen. Ach, FPS, Freund. Den mag jeder. Ist Niklas bei euch in der Klasse? Er ist bei mir in der Klasse, ne, ja. Wer von euch hat ein besseres Zeugnis? Äh, Niklas. Warum lachst du? Ich weiß nicht. Niklas, das ist TriMax. Doch, rede mal bitte, TriMax. Hallo, ich bin TriMax. Niklas, er ist gerade live. Du bist, doch, ich bin krank. Wir bringen hier noch ein bisschen mehr Würze rein, okay? Seid ihr bereit für ein bisschen Würze? Ja. Wenn wir die Runde gewinnen, kriegt ihr alle 50 Euro. Was? Was? Nein, das machst du nicht. 50 Euro TriMax. 50 Euro PlayStation-Karte oder Amazon-Gutschein oder PCS-Karte. So steht es geschrieben. So steht es geschrieben. Niklas, hast du es gesagt? Ihr müsst euch jetzt richtig reinhängen. Aber auch für Niklas vermisst du? Auch Niklas, auch wenn er nur eine Switch hat und nicht reden kann. Okay, Niklas, du bekommst 50 Euro, wenn du jetzt ein Ding holst von TriMax. Du bekommst mir noch 10 Euro, wenn du jetzt noch mehr reinholtest. Nur für um dein fucking Leben. Entschuldigung, aber mach. Doch, Niklas! Ey, wenn ihr das gewinnt, bitte. Wenn ihr das gewinnt, seid ihr krass. Ich habe seit Monaten keine Random Squad-Folge mehr gewonnen. Wie heißt eure Klasse? Heißt sie so 6B oder so? 5D, 5D, 5D. 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 5D? Wir kennen uns in Realife. Bist du in der 8. Klasse schon? Ja. Hier kommt was angeschwommen. Okay, ich komme. Einer oder mehrere? Mehrere, mehrere! Hab einen dead. Hab einen dead. Waxi, komm mal. Niki, komm! Ich muss jetzt zum Fußball. Noch einen dead. Nein, ich muss jetzt nicht zum Fußball. Doch? Nein. Hab drei dead. Ey, TriMax. Wir haben ein kleines Problem. Niklas muss zum Fußball. No way. Doch. Nein. Ey, aber wenn Niklas jetzt offline geht, dann ziehen die 50 Euro. oder nicht mehr, oder? Für ihn doch. Ja, wenn wir gewinnen. Ja, aber du hast gesagt, nur wenn wir, wir dürfen nur noch eine Runde spielen, wenn wir einen Freund einladen. Ja, das zählt. Das zählt noch. Ja, dann Niklas. Danke. Dein Fußballtraining ist gut. Doch, Fußballtraining ist klasse. Welche Position spielst du? Ich? Niklas? Achso. Niklas? Der ist offline. Achso, der ist schon weg. Okay. Achso, weil ich spiele auch Fußball. Ich dachte, du meinst mich. Achso, welche Position spielst du? Ich spiel zentrales defensives Mittelfeld. Also eigentlich spiel ich da, wo meine Mannschaft nicht braucht. Oh, aber zentrales defensives Mittelfeld, Sechser, ist ohne Witz die wichtigste Position. Ja, also ich bin so einer, ich mache lieber Torvorlagen, wie Tore zu schießen. Hattin, du bist halt die Berühmtheit Deutschlands. Damit fangen wir schon mal an. Zweitens, ich gucke dich schon seit einem Jahr. Oh, ein Jahr schon, okay, krass. Also du hast auch manchmal so Horrorspiele oder irgend so was war das so rumgespielt. Das habe ich dann auch immer verfolgt, solche Clips oder zum Beispiel habe ich auch den Illigella-Kappel Vizcabasa geguckt, für dich zu sehen. Oh, was ja. Und man dich dann auch einmal gesehen hat. War ich gut? Man hat, glaube ich, einmal dich gesehen, wo du Vizcabasa high gesagt hast und so. Oh, okay. Ja, ich habe jetzt alle noch mich. Ja, ja. Atrin, wir wollten nur Fortnite spielen und jetzt spielen wir mit der größten Berühmtheit's Fortnites. Also wir wollten einfach in einem Team so spielen, in der Augen, dass wir so coolen Bottes. Okay, komm. Scheiße ist ein Bott, ich bin so doof. Da kommen immer gerne mal andere Gegner. Ja, genau. Hast du gerade Prime-Mix angeschossen, so. Ah, ja, ja. Oh, den habe ich da auseinandergenommen. Jungs, Jungs, es sind nur noch sechs Leute. Ja. Oh, oh. Hicken, hicken. Ah, oh mein Gott. Nein. Bleib stehen. Schaffst du es? Ich bin in der Zone. Nein. Kannst du deinen Karte holen. Probier. Du kannst probieren mich. Äh, geht bei mir selbst und da ist noch einer. Ja, ich wollte, ich komme. Da ist noch einer. Ja, ich komme. Wo ist er? Hier vor mir. 99, äh, 99. Hab ihn. Nein, Jungs, nur noch einer, nur noch einer. Nur noch einer. Wer hat gedrückt? Einer noch. Ich habe gerade irgendwo ungefähr einen 2 Minuten. 93er Hit. Ja, stark. Ist ein Dr. Strange Skin. Ey, wenn wir das jetzt nicht wundern, werde ich auch gleich strange. Oh mein Gott. Was? 2 Kinder am Laufen? Ich habe an, das ist durch. Was für eine geile Runde. Ja, ja. Ich danke dir, Trimax. Holy shit, wir treffen uns in der Lobby. Ja, Mann. Alter, da ist das Handy aber am Bimmeln. War das eine gute Runde, ey. Meine Güte. Ja, Mann. Richtig krass. Endlich mal wieder ein Win. Seht ihr diesen Code? Äh, ich sehe, ich sehe nichts. Ich sehe noch nichts. Hab ich den eventuell deaktiviert? Also. Wir beide chatten aus. Ja. Maxi, du siehst auch nichts, du siehst nichts im Gruppenchat. Nein, wie kann man das denn einstellen? Boah, das weiß ich auch nicht, ey. Ihr habt eure Privatsicherheit so, dass man nicht mit euch schreiben kann. Oh, das ist schlecht. Warte, ey, du könntest mir auf Twitch schreiben, so gesehen. Ja, ich habe aber keinen Twitch. Das könnte ich echt. Ich könnte alle drei Codes Maxi schicken, der ja Twitch hat. Ja, ich sag's dir dann. Okay, schreib mal in die Chat. Ja, mach ich. Ey, Maxi, bitte, ne? Das war so Ehrenmann. Du hast auch hier Schreiben deaktiviert. Auf allen Twitch-Konten, Instagram-Konten, jedes Fortnite-Konto. Ist natürlich cool von deinen Eltern, dass sie da so safe machen. Kannst du den Props geben? Ist jetzt nur für diese Situation ziemlich schwer. Oh, du hast mir geschrieben, sehr gut. Ich habe dir geschrieben, siehst du das? Ja, du hörst es. Wir haben es. Wir haben es. So, die drei Codes kommen. Für Niklas auch. Der hat richtig Glück gehabt. Der musste nichts machen, nicht reden, nicht spielen. Da hast du sie. Da hast du sie. Drei mal 50 Euro Playstation-Guthaben. Ey, das war ein Fest mit euch zu spielen. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, mit dir auch, Alex. Mit dir hat es noch mehr Spaß gemacht, Alex. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Ich grüße. Kann ich drei Leute grüßen? Ja, du kannst bis zu sechs Leute grüßen. Juliano, Noah, Elias, meine Mutter, mein Vater. Das sind dann schon fünf. Und Adri. Okay, gut. Adri, möchtest du noch jemanden grüßen? Ja, ich grüße auf jeden Fall Maxi. Ich grüße Ari, ich grüße Linus und ich grüße Benne und meine Mutter. Okay, cool. Dann, es war mir eine Ehre. Ich wünsche euch noch richtig tolle Sommerferien. Viel Spaß mit den 50 Euro. Und dann euch noch einen ganz entspannten Tag. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. 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 Wahnsinn. Was eine Fortnite-Runde. Dass sie dann auch noch den Win holen. Da war alles mit dabei. Dafür machen wir das. Großartig.